Bitte, Sie müssen meinem Sohn helfen. Er sitzt im Gefängnis, ganz weit weg. Aber ich glaube nicht, dass er was gemacht hat. Wo sitzt er? Wie heißt er? Murat. Die Adresse. Auf dieser Insel. Sein Brief. Da ist Adresse. Kampf X-Reihe. Glauben Sie, Murat hat schuldig? Unser Rechtssystem ist auch für diejenigen da, die Unrecht begangen haben. Hat er aber nicht. Bin ich ganz, ganz sicher. Mütter das immer so gut einschätzen können. Na, wer denn sonst? Ich geht's. Und was heißt Rabi Kurnas V.A. George W. Bush? Dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klagst. Wer? Ich? Ja, du. Ja, du. Untertitelung des ZDF, 2020